Direkt weiter geht's Dummer Schmetterling, jetzt habe ich mir ganze Munition verballert, weil ich nicht drauf geachtet habe Da habe ich auch Schlag und wir können alles noch einmal machen Bitte ein Feigen oder so, so geizig kann man doch nicht sein Oh, das war knapp Oder da oben Und und und? Mist, das mag ich nicht, nochmal Das mag ich nicht, habe ich gesagt Ja, das wollte ich Noch mehr Munition Scheint so, als ob ich der Level der Munition wichtig ist Hau ab, verschwind dich Da unten ist er, bloß nicht ab Wehe dir, hau ab Schnell weg, Rainer von den Schmetterlingen Okay Wenn ich wüsste, wo es lang ging Okay Okay Jawohl Wenigstens einen Schluck mehr Ah Und habe einen Schluck gleich verbracht Ho Oh Mann Jo Jo Jo, und ich habe das Passwort vergessen Jo, das war's Jo, das war's Jo, das war's Boah, nicht schon wieder So Mir ist so sehr lust auf das Spiel vergangen, das glaubt's gar nicht Ho, gefumme Ja Ja Jo Ich weiß, ich bin ruhig, aber diesmal liegt es nicht daran, dass ich mich konzentrieren, sondern eher, dass ich Spinnen mehr mag. Du. So. Na! Täuberbüros. Warum kann ich über die Geister nicht drüberhupfen? Rinn! Schess egal. Ich hab sowieso keine Lust mehr auf das Spiel. Doi! Genau dann. Was war denn das für dumme Aktion? Und das Problem ist, das Video dauert gerade einmal 4 Minuten. Das heißt, ich kann es nicht einfach so brechen. Man kann natürlich schon, aber ich will irgendwie nicht ein 4-Minuten-Video. Na, 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 na. Ja. Jetzt probieren wir, damit ein bisschen Skill reinzugehen. Das Boxen ist mir definitiv lieber als wir schießen. Komm her, Schmetterling! Ja, genau dann! Schessgeist! Ja, und über den komm ich nicht drüber. Das ist so unfair. Ihr seid so unfair. Ihr seid so unfair. Offen! Ihr seid so schesse. Was? Was sollt ihr mich jetzt rufen? Komm her! So! Ja, genau so! Wow, das war knapp! Das war ein geiler Rettungstrick! Jawohl! Ich weiß, ich bin ruhig, weil ich da konzentriere und weil ich abfressen bin. Ja, genau dann! Ja! Wie auch immer man auch Flammen boxen kann. Voll runter! Blöder ist, da gibt es nicht einmal Extra-Lehm oder so. Und wie kommt man da runter? Hä? Hä? Okay, es gibt Extra-Lehm. Okay, wenn ich sowas auch erforschen muss, dann ist das schon ein bisschen unfair. Aber wenigstens... Na! Fuhr am Ende! Ja, Musik! Hau ab! Na! Ich brauche mich gar nicht mehr dazu ringen, das Spiel vielleicht noch weiter zu spielen. Durch die Aktion jetzt ist meine Lust endgültig darauf vergangen. Vielleicht spielst du irgendwann noch mal weiter, weiß ich nicht. Aber jetzt leg ich das Spiel erst einmal lang auf Zeiten. Und ich mag es einfach nicht mehr sehen. Das Spiel ist einfach zu dumm in meinen Augen. Also, töt euch. Kein Papyrus mehr. Arschlochspiel.